Ich lerne Deutsch. Nummer 15752 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe heute schon so viel eingekauft. Soll ich das auch noch mitnehmen? Ein Paar macht bei einer Autofahrt eine Pause und analysiert die Route auf einem Tablet. Ein Paar macht bei einer Autofahrt eine Pause und analysiert die Route auf einem Tablet. Ein Paar macht bei einer Autofahrt eine Pause und analysiert die Route auf einem Tablet. Kreativität ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres inneren Potenzials. Kreativität ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres inneren Potenzials. Kreativität ist der Schlüssel zur Entfaltung unseres inneren Potenzials. In einer Beziehung ist es wichtig, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren. In einer Beziehung ist es wichtig, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren. Ehrliche Kommunikation schafft Vertrauen und vermeidet Missverständnisse. Ich kümmere mich sofort um dein Anliegen, nachdem ich alle E-Mails gelesen habe. Wir trinken öfter gemeinsam aus einem Glas. Das stärkt auch unseren Zusammenhalt. Die renovierte Bibliothek wurde mit modernster Technik ausgestattet. Die renovierte Bibliothek wurde mit modernster Technik ausgestattet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Dann war's mit dem Spr tea. Bei Würfel embarrassing den Imaginieren. Per Güter. Alles in dem Sprache überhaupt noch nicht. ingsicarcontrag bite peach kaputt bagi. Fragenahme! Vielen Dank.